Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3 und wir fliegen heute zur Karibik, die garantiert nichts mit der Flucht der Karibik zu tun hat. Ähm, ja. Aufbrechen. So, wo soll ich denn hin? Das hat sich, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Nicht große Wurbel. Da ist mein Ziel, okay. Moment, hey. Ich glaube, da will ich nicht hin. Hä? Da ist ein herzloser, da fliege ich nicht hin. So. Oh, ich näher mich bereits der Welt, die müsste hinter diesem Steinblock da sein. Irgendwann werde ich diese Gummichu-Esched-Routen auch noch machen, aber momentan bin ich ganz zufrieden, wenn ich sie nicht mache. Oder ist sie, die Welt? Direkte Ansteuerung. Kommt jetzt eigentlich mal wieder ein Gummi-Routen-Kampf. Und da ist unser Stern... Mh... Oder Sternbild erstmal. Das ist eigentlich auf dem Weg dahin, zum nächsten Bild. Naja, auf geht's. Ab in die Karibik. Xehan und Tateras Körper kontrolliert, als er Ansem und Xemnas erschuf. Aber Ansem hatte keine Gestalt, bevor er Besitz von mir ergriff. Sieht also wegen mir so aus? Hm. So. Auf geht's. Oh, yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The Kraken leapt from the ocean, brang. Look out, me hearty, yo-ho. And to the locker that a sparrow can find. Look out, me hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Look out, me hearty, yo-ho. A goddess thought she's a sparrow to save. Look out, me hearty, yo-ho. And brought a blackguard back from the grave. Look out, me hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The flying Dutchman is on the hunt. Look out, me hearty, yo-ho. To the precious sparrow for his affront. Look out, me hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. The demon's chest, his secrets weeps. Look out, me hearty, yo-ho. The heart of baby don't still be slow. Look out, me hearty, yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. Mm-hmm, 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 mm-hmm. Why are you so happy? Because we get to be pirates again. Yep, you always did like this world. How could anyone not? Still, it's a real shame you don't have a bigger ship. Got an idea where we'll go in there. Where else? The edge of the world! Captain Sorrel! Oh? What ails you, Mr. Goofy? The edge of the world! Aye! We're run out of sea, sir! Aye! We're running out of sea! Ha 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 ha! Oh? Oh, that's the end of the world of another world. I'm scared! But there's no time to happen! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Die Karibik. Es war ja klar, dass es diese Welt ist. Ich weiß, bei der anderen habe ich noch überhaupt keinen Plan. Ah, wir sind hier. Ja. Bei Captain Jacks Bell. Oh. We've been walking forever. I'm exhausted. Some pirate. We won't get anywhere without a ship. Hm? A ship. Oh. Oh boy. Oh boy. See this effect first? Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Jack Sparrow. Captain Jack Sparrow. Sorry. Hey Jack. Where are we? Oh. Belay that ship absconding. Huh? Help me catch the pearl before she gets away! Aye, aye. Captain. Ich schicke dabei die Kürze, ich glaube, bevor sie entkommt. Okay, wie soll ich das machen? Haste Grüne, meine. Was ist die? Wow. Muss ich jetzt echt alle Herzlosen besiegen? Und da geht mein Kopomünze. Im Wunder, dass es eigentlich bei dem Bosskampf schon verrückt ist. Die Welt geht ja gut los. Eieieiei. Wasra habe ich auf Platz 2, okay. Ich denke halt, bei denen könnte Wasra was bringen. Ja, da ist schon wieder mein... Wieso müssen sie ausgerechnet diese blöden Herzlosen sein? Was ist jetzt... ...genug, Mann? Ja, da ist es genug, Mann. Oh, was ist jetzt... ...genug, Mann? Oh, ich weiß jetzt... ...genug, Mann. Ja, das Feuer ist nicht so gut gegen das Vieh. Ich hoffe, es kommt nicht noch eine Herzlosenwelle. Soll ich das Schiff jemals erreichen? Oh Gott! Ja, toll! Was war da gerade mit Eis? Hätte ich Eis ausrüsten sollen? Ja. Okay, das ist das. Ernsthaft? Eintreffer? Okay, ich wollte schon sagen. Oh, leg mich doch. Oh, könntest du mal bitte stehen bleiben. Offensichtlich nicht. Ernsthaft? Was ist... Nee, das ist mir grad zu dämlich. Also... Nein. Einstellungen... Wasra gegen Isra, bitte. Okay. Halt auf, da draußen zu hupen. Meine Fresse. So. Boom. Aha. Das war wirklich gut. Oh man. So... Ja... Ich weiß... Das ändert aber nicht seine Tatsache. Ja... Eine Tatsache... Ja... Ich merke übrigens, es wird wahrscheinlich heute eine sehr kurze Aufnahme. Ja... Also... Ich werde wahrscheinlich schon nach dieser Sequenz hier sofort wieder abbrechen. So... Die nächste Runde wird wahrscheinlich wieder... Irgendwut vor ihm... Ich verstehe nicht warum... Ernsthaft... Ja... Voll noch frei... Okay... Ach komm schon! Mann! Das geht mir grad schon wieder echt auf den Sack! Das geht mir grad schon wieder echt auf den Sack! Wisst ihr was? Ich werde es doch erstmal abbrechen! Für heute... War wirklich eine kurze Aufnahme... Also... Äh... Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ja... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3! Das letzte Mal musste ich ja relativ früh abbrechen... Aber... Jetzt werde ich... Kann ich wieder ein bisschen länger aufnehmen... Wir sind dabei die Black Pearl zu verfolgen... Äh... Verfolgen... Meine Fresse... Wer schreit uns? Sie ist hoch! Sie ist hoch! Sie ist hoch! So... Boah Das ist wirklich Ich weiß nicht, ich hasse die Viecher Hallo Meine Fresse, ich verfolge das Dreck so viel die ganze Zeit Das macht doch einfach keinen Schaden Okay 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 Das war die erste Welle Ich werde mich mal heilen, damit meine Magie wieder aufladen muss Wir müssen jetzt mal ein bisschen weiter die Black Pralle holen Es kommt noch eine Wölle, wenn ich mich richtig entsinne Moment, der Poel kann nicht sein, ohne einen Kapitän So, fress das Was, was, muss ich überhaupt nicht durchkämpfen Du musst nur die Pearl erreichen, oder? Ja So, Plasma Naut aktivieren Ich werde jetzt erst mal nur auf dich gehen Irgendeiner trifft mich da hinten die ganze Zeit richtig hart So, ich hoffe, ich kriege ich jetzt noch damit kaputt So Okay Sehr schön, ich habe meine 28 zusammen Was ist das?